willkommen zurück in life is strange zur zweiten folge davon und vorab möchte ich schon mal eure entscheidung mit einbauen denn ich habe ja den zweiten spiel stand mit euren entscheidungen angefangen das heißt wir sind jetzt hier am selben nennen mit dem einzigen unterschied ich habe ja nathan nicht angeschmiert wenn ihr euch erinnert ihr dafür ihr habt ihn angeschmiert ihr wolltet die wahrheit nicht verbergen völlig okay und wie der dialog lief das zeige ich euch jetzt bis gleich okay i'm i'm just a little worried about my future we're sweating pinballs is that all you're thinking about you can always be up front with me max or have you done something wrong is that it well max talk to me i just saw nathan prescott waving a gun around in the girls room nathan prescott you sure yes he was in the bathroom talking to himself with a gun i saw everything he was babbling like crazy okay slow down slow down so now you saw this without him seeing you i was hiding behind a stall i have the right to be there it's the girls room i know i know i just want to be completely clear what happened mr prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of blackwell's most honored students so it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls bathroom so what happened next then then he left i ran out here wondering what to do are you gonna bust him this is serious charge i'll look into the matter personally thank you for bringing it to my attention that's it after what i told you will continue this discussion later in my office please go outside with the rest of your class now miss carfield of course this academic drone won't do anything since the prescott family owns blackwell now should i rewind and change my story so genau also das heißt der direktor geht sozusagen den ganzen auf die spur nimmt es als hochgradige anschuldigung und was danach noch passiert ist ihr steht dann hier draußen und nason wird ins büro gerufen so viel dazu so wir gehen aber jetzt mal hier durch ich weiß noch nicht wo ich hin muss flach messgrant sure is dedicated to that petition hi miss grant excuse me mad i know everybody loves being asked to sign a petition but would you do miss grant a favor and hear me out sure i always have time for you what's the petition david mattson our chief of security wants to put Was machen wir? Genau, der hat uns hier unbelästigt. Das heißt, es geht um die Persönlichkeiten. Das heißt, es geht um das Recht zu retten, und unsere Schule der Freiheit. Die Blackwell-Academie hat eine noble heritage. Von den Native-Amerikern, die diese Lande zu den Pionieren, die sie in Frieden haben. Nicht Angst und Angst. Du kennst viel über Blackwell für die Wissenschaft. Wissenschaft ist die Geschichte, Max. Und ich habe ein secretes Willen, um die Lore und Legende zu教en. Es gibt viele unikere Facts über das, die du wirklich liebst. Bevor ich deinem Haus mit diesem Lektor würdest du bitte eine Petition, um unsere Kampus zu gehen, um zurück zu 1984 zu gehen? Ja, das machen wir. Also kann man nicht. Ich meine Sicherheit nicht, aber nicht pure Surveillance. Ich kenne dich als mein Lieblingsstudien bei Blackwell für eine gute Grunde. Das ist ja Bestechung. Diese Tat wird Konsequenz haben. Okay. Na toll. Ein Springboden. Münzen. Oh, ich habe eine Nachricht. Ich hoffe, dass ich alle besser den Texte lesen, bevor er mein Handy aufbaut. Ja. Ich stresse mich nicht. So, hier. Kannst du mein Stück mitbringen? Brauche Info und Platz. Was schreibt ihr denn alles? Also. Äh, ich noch diese Nachrichten nicht. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo. Sorry, bin spät dran. Vorrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist breit. Bis gleich. Hoffentlich. Äh, okay. So. Also der will uns treffen. Gibt es noch einen neuen Hinweis? Ah. Okay. Was ist denn hier noch drin? Nathan ist mit drin. Äh, Kraftausgriff, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Okay. Uh, der schon wieder. Das ist der Wachmann. Genau. Okay, hier ist also nichts weiter drin. Doch, der Direktor ist noch mit dabei. Okay. Na gut. Dann haben wir doch erstmal hier alle, oder? Hier gibt es nichts. Gut. Aber hier ist doch noch. Es gibt einen neuen Eintrag. Ach, hier ist das Foto von eben. Die soll aber schnell mitschreiben. Ich habe die gar nicht dabei beobachtet. Okay. Also ich soll diesen USB-Stick jetzt holen. Ich möchte mein Tagebuch jetzt nicht öffnen. Was habe ich da eben? So, hier hinten geht's. Zu den. Steht hier drauf. Genau. Hier geht's zu den Unterkünften. Hier geht's doch. Da. Ja, scheinbar schon. Chicktale. So, die spielen dabei. Was macht sie hier? Oh, dann quatschen wir auch. So, die werden nicht gestört werden, okay. Die schon wieder. Hm. Jetzt, warum geht es dir nicht? Oh ja, Viktoria. Ich werde deinen scheinen Scheinen wegwerfen. Das ist das erste und letzte Mal, wie ich das hörte. Okay, jetzt wo genau die Sprinkler-Valve ist? Also, der Plan ist, den Sprinkler aufdrehen, damit sie, was macht ihr hier? Hm, gut. Also, wir sollen den Sprinkler aufdrehen, okay. Was gibt es hier? Hier gibt es nichts weiter. Hier ist eine Tür offen. Zimmer des Hausmeisters. Da, Wasserpumpe. Nein, dann benutze ich es doch. Okay, also, hier kann ich gerade nichts machen. Okay, also, ich soll zurückspulen. Warum auch immer. Und es hat auf jeden Fall mit diesem Eimer zu tun. Das kann nicht gut gehen. Na, ist doch gut. Aber ich habe den doch jetzt manipuliert. Keine Ahnung. Hey, da sitzt Kate. Hm, na gut, die sitzt da nur. Okay. So, und jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Okay, also, der Eimer ist jetzt runtergefallen. So, jetzt machen wir hier hin. Jetzt kann man es benutzen. Oh. Sie stehen zumindest schon mal. Oh. Alles klar. Ich würde sagen, das lief für sie nicht so gut. War schon ein bisschen gemein. Oh, Mann. Sie sieht so schade aus, wenn ich nur da sitze. Hey, Victoria. Was willst du, Max? Äh, was machen wir denn? Verspotten oder trösten? Ja, komm, wir spielen mal. Wir trösten sie. Ich bin. Ja, ich bin, ich bin. Das ist ein wunderbarer Kashemar-Kashemar-Kog. Es war. Aber es wird noch ein anderer. Ich habe ein gewisses Talent, ein Mr. Jefferson hat mir gesagt. Ich habe deine Bilder gesehen. Du hast einen guten R. Richard Avedon. Er ist einer meiner Heroin. Danke, Max. Ich hoffe, dass die Scheiße mir eine Warte bevor sie ein Zeichen haben. Du wirst einen besseren Schuss. Sorry about blocking you and the go fuck yourself. That was me, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. All right. So, alles klar. Also die nette Geschichte. Wenn ihr das anders wollt, müsst ihr einfach da in die Kommentare schreiben, dass ihr sie vielleicht verspotten wollt, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall weiter jetzt ins Wohnheim. Wir müssen unser eigenes Zimmer finden. Sehe ich gerade. Einschlagteile. Was steht hier? Lesen. High-V und Aids sind nicht nur in den Zellen auf einem Poster. Das sind ernsthafte lebensbedrohliche Krankheiten. Das stimmt. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit einem meiner Schulbücher geklaut. Das hat man schon gelesen. An die Pumpe hunkt, die meine Friend-New-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheiße teuer und ich brauche es gegen meine Akne. Beeilung, Cotney. Okay. Geh, Miss Grant. Aber jetzt scheint ihr was gefunden zu haben. Karte. Ach, jetzt weiß ich. Wir sind da. Wir waren in dem großen blauen Gebäude in der Mitte. Sind jetzt hier rechts und müssen nach links dann. Okay. So, wo ist jetzt mein Zimmer? Willkommen zu Black Hill. Ach, ganz hinten. Die 219 haben wir. Max Caulfield. Genau. Die 219. Alles klar. Was steht hier drauf? Room 217? Keine Ahnung in der Hölle bin ich hier. Big Foods. Vermissten Poster. Kennen wir schon. Die 219 hatten wir gesagt. Feueralarm lösen wir jetzt nicht aus. Ach, hier steht es auch dran. Hm. So, wir müssen den Stick finden. Was ist denn jetzt hier meins? Kekse, Kleidung, Schublade, Gitarre, Fotos, Wimpel. Oh, wir haben eine neue Nachricht von Mama. Hi Liebling, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Er sorgt sich um deine Einstellung und dein Verhalten, dass du nicht dorthin passt und dich in dein Zimmer versteckst. Ich weiß, es ist hart von zu Hause vor zu sein, selbst wenn du jetzt erwachsen bist. Aber du bist dort, um die Welt mit deiner Kamera zu verändern. Bitte ruf mich bald an, damit wir reden können. Wir vermissen dich. So, wir suchen den Stick. Der ist in der Regel, nein, wir lesen jetzt keine Notizen, bei einem Laptop. So, was haben wir hier? Oh, hat mir eine kleine Notiz hinterlassen. Hi, ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. Warum? Ah, jetzt habe ich nicht richtig zugehört. Okay. Ach, Dana. Ja, benutze ihn doch. Ruf. Ach, es geht um Kameras. Alles klar. Gut, also wir müssen jetzt zu Dana und... Genau. So, wir haben zumindest die Pflanze gegossen. Sofortbildfilm? Kann ich ja nie wissen. Komm ich da rein? Ne? Ich will das Buch nicht. Okay. Geht mir auch so. Ist gut. Wir sind jetzt zu Dana. In der Schublade wird auch nichts besonderes drin sein. Kunstbücher. Kissen, Bett. Was steht hier? Warrant hat mir sogar ein kleines Message mit diesem Flaschdruck gegeben. Er ist so großartig. Und diese ist von grausamer lebensverändernden und kontroverse Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Kannibal, Holocaust und Ultra-Vixens. Ja. Spiegel brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt zu Dana. Okay, Dana ist da hinten. Ach, Mädels. Was hat sie getan? Was hat sie nicht getan? Was hat sie nicht getan? Dana hat sich mit meinem Freund zu sexieren. Ach. Wie hast du herausgefunden? Äh. Warum interessiert du dich? Warum fragst du mich überhaupt? Du sprachst nie. Du sprachst nie. Du sprachst einfach mit deiner Kamera. Das ist warum ich jetzt mit dir spreche. Was ist mein letzter Name? Äh. Mason? Juliette Mason. Das war wirklich schade. Dankeschön für deine Angst, Max Caulfield. Bitte, Juliette Watson. Okay. War jetzt nicht so gut. Aber wir können es zurückspulen. Hey Juliette. Ist alles cool? Oh ja, Max. Ich habe Dana in der Raum gesehen, weil wir cool sind. Ja. Juliette Watson. Du bist schön. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich glaube nicht, dass du mein Name überhaupt nicht wusste. Äh. Natürlich. Dankeschön. Ich habe Dana in der Zeit, weil sie zu sexieren Zach, mein Freund. Unglaublich. Und wie sie zu sexieren Zach, mein Freund. Wie ist es? Ich bin froh. ist doch nicht euer ernst jetzt muss ich noch in ein anderes zimmer so wo ist jetzt victorias 221 neben meinem ok hier machst du das mit nach hinten und zu grafen gehen wir mal rein ach du einst es nicht nach was soll ich jetzt suchen schuhe kleidung zeitung flugblatt vermissten poster bücher was ist das für ein flugblatt hier örtliche ausstellung brief der galerie geht mich das was eigentlich glaube eigentlich nicht kamera tablet dinge die ich nicht brauchte aufkleber ich habe heute mal nicht rum alles klar es tut mir wahnsinnig leid dir mitzuteilen dass ich gerade den dana verarscht habe ich muss julid bloß sagen dass ich einen ekligen sext von dana aus zwecks handy gesehen hatte die blöde kuh hat mir geglaubt also rechne ich jeden moment mit einem armerklau von brunheim das hat julid verdient dafür dass die schlampe mitzweck weggenommen hat was dana angeht wen kümmert es holt das popcorn aus mein gott ist die durchtrieben so wie kann ich das jetzt drucken ach hier e-mail drucken wo ist der drucker ich mische mich hier ein das gibt es nicht zack 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 jetzt lassen wir die dana aus wenn ich den stick kriege juliet Mädchen. Furchtbar. So, aber mal gucken. Schwangerschafts-Test. Muss protect my precious, so Max never has to chase it down again. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though, Warren obviously likes hanging with you. He's a good guy. A geek like me. You saw the Files in this flash drive? Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder of Colcomax. Yeah, okay. I gotcha. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how I think. I have myself respect. I think I'm really 습관. So, dann wollen wir jetzt zu Warren nehmen wir den Schwangerschaftstest oder nehmen wir den nicht? Komm, wir probier uns. Sind wir neugierig. vielleicht auch nicht so gut zurück das war nicht nett von mir ich gehe einfach er ist etwas ungeduldig bis gleich hoffentlich ich warte gern ewig hier draußen liebe den parkplatz ich kann autos zählen je mehr sms desto langsamer auf dem weg bei alles klar ich komme ich erscheine gucken was draußen los ist nix dann gehen wir mal zum parkplatz und geben worin mal sein ja die arme alicia ja ich wollte sie doch warnen ja hält des alltags na gern geschehen so dann lassen wir uns aber in ruhe ihren tag gerettet hier greifen wir ein hey why don't you leave her alone excuse us this is official campus business excuse me you shouldn't be yelling at students or bullying hey nobody is bullying anybody i'm doing my job no you're not you're part of the problem missing i will remember this conversation oh max that was great i think you scared him for one i have to go but thank you it means a lot anytime i felt like an everyday hero helping kate but now officers david dickhead is after me maybe i should rewind and mind my own business nein wir müssen hier andere schützen wir sind lieb aufdringlich so wir machen uns auf den weg zu bären das sehen wir in der nächsten folge und bis dahin sage ich stimmt ab lasst einen kommentar da was wir hätten vielleicht anders machen sollen ich sage macht gut bis zur nächsten folge bis jetzt bis jetzt bis jetzt